geschrei doch nicht so mädel wo bist du fackeln höchstwahrscheinlich die jetzt die ich hier schon angezündet habe ich glaube ich habe nicht so ziemlich alle fackeln gezündet ach so draußen wäre das gewesen super super buber wenn ich den schreckkraftigkeit etwas amüsiert ja bist du das ist okay ist dir was eingefallen ja ich habe einen plan könnte sogar klappen geht es etwas genauer du musst hier auf mich warten wird nicht lange dauern sonst nichts du hast es selbst gesagt du darfst die details nicht wissen du musst vertrauen sie bringt sich selbst um kommt nicht in frage und ich dachte ich hätte das nur so gespielt nicht ich bin schisser ich hoffe du weißt was du tust hoffe ich auch und können wir anfangen ja ich bin bereit ich bin bald zurück macht so lange schon mal ein feuer an einige stunden später schlafen wir gerade ich vertraue ihr habe ich jetzt gerade ein kind getötet zasher wenn ich mü recyklet sie 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 Ah! Ah! Warum? Okay, ich habe das Kind nicht getötet. Fuck, ich dachte ich hätte das Kind getötet. Der Hexe hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Mach das nie wieder, Mädel. Vorbei? Wir haben den Himm reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinen Gewissen zu laden. Aber als er sah, dass das Kind wohl auf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jari. Frei! Der Himm ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Es hätte zum Spiel gepasst, wenn es wirklich gewesen wäre. Deswegen. Sie so, oh, vertraue mir. Und ich so, okay, ich vertraue ihr. Wann immer ich anderen vertraut habe in diesem Spiel, ging das halt nach hinten los. Och, no. Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Himm war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Er begeht Suizid. Komm, das Spiel lässt ihn jetzt einfach Suizid begehen. Ich kenn's doch. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Zum einen, da war gerade ein Übersetzer, da war gerade ein Subtitle-Fehler. Mit der Stand stand irgendwas mit mir etwas abgerissen, stand mich etwas abgerissen. So, puuuh. Zehn von zehn. Fehler. Wo ist Game of the Year? Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Speaker Oak? Weiß ich noch nicht. Musst drüber nachdenken. Jennifer ist bestimmt schon ungeduldig. Jesus, Mädel. Was hast du gegen Jennifer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, eine Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde darauf stehen, dominiert zu werden. Lebe wohl, Geralt. Machs gut, Cerys. Okay. Okay. Gut. Alles ist gut ausgegangen. Jeder lebt. Ist... Gott, danke. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich... Irgendwie eine... Äh... Dass ich eine Quest gemacht habe. Ohne... Dass alles schief lief. Hm... Gut. Respekt, Hexer. Danke, ich kriege... Ich kriege Respekt. Respekt an den Hexer. So, hallo ihr Bockel. Ähm... Was habe ich jetzt einfach alles mit dem Inventar? Warum ist mein Inventar schon wieder so voll eigentlich? Ach... Ah, ich habe wieder... Irgendwelche Dreckscheuklappen und sowas. Und Sättel, die wieder mal 700 Kilogramm wegnehmen, ja. Und sonstiges habe ich ein bisschen was. Gut. Ähm... Was lernen wir daraus? Einfach Frauen mit roten Haaren. Vertrauen in alles wird gut. Äh... Entschuldigung. Kann... Ich darf nicht meditieren? Äh... Entschuldigung. Ich darf nicht meditieren? Muss ich jetzt Angst haben? Ich darf noch immer nicht meditieren. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Morgen hat meine kleine Norgung Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Meister Geralt, die Wache hatte ich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Vielleicht ist doch nicht alles gut, Linku. Wenn jetzt alles schief geht, mach ich dich dafür verantwortlich. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Chialma getan hast. Heute bist du einer von uns. Cool. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ich wollte eigentlich speichern. Ach Gott, damit. Ich darf noch immer nicht. Was ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Med und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast dich nicht gerade mit rumbekleckert. Du hast dich nicht mit rumbekleckern. Meinst du, das weiß ich nicht? Aber du hast sie gesehen. Sie ist so ... so ... stur? Jetzt auch nicht bockeig. Weigert sich, auf irgendwen zu hören? stimmt anwalt und ich sind in dieser hinsicht praktisch zwillinge ich meine dass ich gesagt habe ich ja bitte gib mir den ruhm weil ich ja wirklich war sie den riesen im alleingang gemacht habe und da hat hier ja doch noch gesagt so besser als schlechter von blaviken genannt zu werden so hat er sogar noch einen spruch gemacht der gute alte ich sehe kracht gar nicht spricht er gerade mit den jahres nein er ist in seinen gemächern zweifellos um deine versprochene belohnung vorzubereiten wenn du gerade muße hast hexer warum nicht ein paar haken mit den wildkarten das lockert die gelenke nach der reise vielleicht später damit ich darf noch einmal nicht wer sind die wildkarte da ich hab dich im blick magst du pilze kannst du ach robbenscheiße guck mal habe ich noch alle zähne hast ganz schön kassiert warum lachst du dich hätten sie auch verdroschen glaub ich nicht ach nein willst du wetten wirf einen der wildkarte um und du kriegst mein schwert ende wie ich und ich kriege deins klar du kannst mir das schwert schon mal einwickeln verkauft eine fische erst wenn du sie im boot hast wollen ich habe gehört ihr macht faustkämpfe gegen herausforderung herausforderer nein keiner hier ist eine herausforderung wir sind hier um zuzuschlagen bis unsere knöchel blutig sind kann losgehen muss ich jetzt gegen drei gleichzeitig warum ich darf nicht zu hauen es ist doch die x taste ja muss ich bei ihm in der nähe stehen nein ich darf nicht zu hauen muss ich meine schwerte ablegen ich komme nicht auf mein inventar so da ist doch an ich darf es nicht das ist doch nicht er hat auch nicht ja nur stimmt hier gar nicht ich drücke die x-taste aber da passiert nichts ich habe meinen ersten game breaking bug gefunden aber ich kann ich kann ich darf halt lt drücken ich nehme mal ganz kurz den spielstand und jetzt gucken wir mal wo wir damit landen weil ich glaube nicht dass ich da wieder raus gekommen wäre andernfalls das hätte ich jetzt nicht gebraucht muss ich sagen ach gottchen dann überspringen wir das einmal ganz kurz dann überspringen wir das jetzt einmal bitte ich glaube noch mal was ins feier werfen ja es ist vorbei vorbei wir haben das verspringe ich jetzt einfach mal alles ich durfte gerade auch die gesamte zeit nicht speichern so dann fragen wir mal was sie vor hat dann nochmal warum scherze ich eigentlich so du meinst das ist obwohl ich wäre nett so mach's gut so das jetzt gespeichert falls ich jetzt gleich wirklich nicht speichern kann dann werde ich einfach nach nur wie gerade oder will noch mal schnell reisen dass ich dann eben schnell ein so jetzt darf ich speichern okay darf ich jetzt jetzt darf ich auch wieder meditieren okay dann weiß ich nicht was da vorhin kaputt war da hatte das spiel im allgemeinen irgendwo einen kleinen schluck auf fix ja es gibt kein bug die man nicht mit einmal aus und wieder an machen nicht fixen könnte oder einmal neu starten ja doch ich darf noch einmal meditieren so machen jetzt einmal ganz kurz krach führe mich an der erste nummer gemacht krach wort vielleicht hätte sich irgendwie eine quiz aufgehangen und dachte noch gewährst du in einem gespräch ja ist glaube ich auch es gibt auskennige ein sprichwort auf einem guten fest fließen med und ich darf übrigens nicht sprinten das findet ihr auf dem festland sicher barbarisch nicht ich weiß nicht klingt jedenfalls besser als lang was jetzt noch mal speichern die garniert mit hofen pass auf wohin tritt auch das überspringen wir noch mal ganz kurz ist es wäre kein glanz leiste dabei rein stecher stochern sowohl wenn du gerade vielleicht so dann versuchen wir es jetzt noch mal mit den wildkerlen schluckst du hast keinen respekt vor unseren bräuchten und diese abgemacht so jetzt wischte die bohlen mit mir auf das mit dem block muss ich irgendwann mal üben das schöne ist ich habe eine wieder aufstehen karte ah ich bin gestand gewesen nicht fair siehste haha ich habe eine zweite lebensleiste bitch zeit jetzt einfach hier drauf zu knüppeln kann ich jetzt bin ich schon wieder gestand ich sehe nichts der hatte wirklich den schlag drauf der macht mich halt wirklich fällig ich hasse es ich will rollen lass mich rollen was für ein kampf so harte schläge ein wunder dass ihr das hier nicht aus dem ja eben ich habe die wette verloren aber bei dem spektakel gränt mich das nicht hier möge es dir gut dienen meine poppistasche gesteckt das ist noch eine quest für mich hier einmal stahlschwert extra für uns spannend gemacht genau genau ein tolles gefühl von oh gott was kommt jetzt wenn die schon die speichern das frostbad ist wirklich cool ich habe gehört ihr macht faustkämpfe gegen herausforderung kann losgehen kann losgehen so muss ich jetzt noch mal gegen den ja muss ich auch ich brauche mein gesicht noch tschuldigung ich habe eine zauberin dies nicht in meiner persönlichkeit mit mir zusammen ich mache klein holz aus dir so shit oder um zu kippen und weiter geht's ich wärme mich nur auf worauf wartest du auf den nächsten ist wahrscheinlich habe ich jetzt okay ich habe ich jetzt einfach als zu tode gekommen wurde ich werde mich nie besiegt wenn ich nicht schon fünf punkten drin hätte ich für die lgg mit nüchternes kämpfen frischt sich dein extra leben immer wieder auf ich weiß nicht ob ich das immer wieder machen kann ich sehe zumindest keinen keinen cool und dafür aber solange ich adrenalin habe müsste das sich müsste das quasi unendlich lange gehen wenn ich das richtig verstehe dann bringen mir doch jemanden der nüchtern ist kriegst du das hin krieg ich die nacht ist jung warum sagt er inzwischen drin eigentlich die aktion des kampfes sind nicht verfügbar das ist blocken bitch wenn blocken nicht verfügbar ist dann ist irgendwas falsch ich gehe in die ecke du kämpfst gut für einen von westland danke so damit habe ich die kris gemacht yes nachher zwei erfahrungs punkte hey da für dich mehr verdient ach guck mal da ist eine hübsche dame durch die tanzer ein bisschen rum oder helm ist cool krieger des klaren hey man kann es mir dann geben die schwebt sogar kommen das ist tinkerbell die tänzerin hier ja genau sie kennen die echten götter nicht und kriegt das wasser auf und echte klinge ist nichts wert wenn man weiß nicht nicht aber was sie auch haben ne man kann nicht unter den draug gucken okay na das habe ich nicht versucht na so das ist irgendein beladen ach so jetzt bin ich hier entschuldigung ich muss mal ganz kurz hier vorbei danke ach das ist eine kellnerin das ist noch eine tänzerin die hat halt da wirklich die wirkt so ein bisschen als hätte sie keine lust zu tanzen sonst würde sie auch noch in das essen treten auch wieder wahr